Hallo und herzlich willkommen zu den KE Next Top 3 News. Heute mit dem Thema Software. Mit dabei eine multitalentierte Simulationssoftware, eine zeitsparende Entwicklungsplattform und eine effiziente Robotik-Schnittstelle. Multiphysikalische Simulationsmodelle entwickeln und Simulations-Apps erstellen. Die neue Softwareumgebung von Multiphysics von Comsole kann beides. Und damit nicht genug. Experten können die einmal fertigen Apps auch an weniger simulationserfahrene Kollegen weitergeben. Wie das funktioniert? Ganz einfach. Erstens, Modelle in Multiphysics entwickeln. Zweitens, die Simulations-App im Application Builder generieren. Und drittens, die App über den Comsole-Server, für wen auch immer, zur Verfügung stellen. Wer mehr wissen möchte, die neue, weil abgedatete Version ist suchbar unter dem Begriff Comsole Multiphysics 5.1. CETA heißt die nächste Neuheit, die nicht etwa aus dem Zoo kommt, sondern von MSC Software aus der Schweiz. MSC Apex CETA, um genau zu sein, ist ein Update der rechnergestützten Entwicklungsplattform MSC Apex für CAE-Analysen. Das Update kommt mit einigen Neuerungen. Einer dritten Version des Apex-Modellers für die Direktmodellierung, Vernetzung und Geometriebereinigung zum Beispiel. Sinn und Zweck des Ganzen? Die Entwicklungsplattform soll Anwender deutlich weniger Zeit kosten, Modelle zu erstellen und zu validieren. Der Softwareentwickler MathWorks hat eine neue Robotics System Toolbox entwickelt. Die Toolbox dient als Schnittstelle und komplette Integrierung zwischen MATLAB, Simulink und dem Robotic Operatum System, kurz ROS. Damit können Robotik Ingenieure in einer einheitlichen, integrierten Entwicklungsumgebung arbeiten, um zum Beispiel Robotik Algorithmen zu entwickeln und zu testen. Und weil die manuelle Nacharbeit für die Konvertierung von MATLAB zur ROS reduziert wird, haben Entwickler künftig mehr Zeit für das Design. Das war's aus der Welt der Softwareanglizismen. Bis zum nächsten Mal.